Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Heute ist Tag 12, die 12. Foto-Challenge. Mal gucken, was es heute wird. Ich ziehe mal die Aufgabe. Okay, heutige Aufgabe ist... Ich zoome mal ran. Okay, andersrum. Die heutige Aufgabe ist... Fokus. Da. Ungerecht. Ungerecht? Oh, da bin ich mal gespannt. Wie setze ich das um? Ungerecht. Okay. Spannend. Auch wenn an einem Gericht, wie einem Arbeitsgericht, einem Landgericht oder sonst was für ein Gericht, auch viele sehr sinnvolle Sachen passieren. Und gerechte Sachen passieren da auch dennoch ungerechte Sachen. Und somit ist für mich zum Thema Ungerecht als Symbol ein Gericht. Und wie ein Gericht hat kinder grad? Und wie war es das?" Ich weiße sie dich nicht.